Hallo Wieder als Killer Ich bin der Kellertyp Ich wollte gerade sagen Gleich reinhauen Ja, ja Ja Komm Das kann auch sein Ja Ja Aus der Familie Am Morgengrauen Ah, jetzt können wir draußen wenigstens gucken Ja, schön Hat sich das Spiel gemerkt, wo wir nicht so erfolgreich waren Ja, ich hoffe so Oh, ich muss jetzt mal was trinken hier Uh-uh mhm Guck mal, du machst ja den Automaten an, ich will der Opa. Ich bin ja draußen mit meinem Messer hier. Die Tür wird zugemacht und zugeschlossen und die bleibt auch zu. So, Fall ist angelegt. Oh, hier sitzt Opa. Auf jeden Fall wieder in der Mitte bei der Treppe, aber nicht da, wo er das letzte Mal saß. Ich kann es dir schlecht beschreiben, das ist das Problem. Na, sind sie hier unten? Ja, ich gehe mal runter. Schick mal hier eine Falle hin. Wecke erst Großvater auf. Aha, deswegen. Gut. Mein Papa, äh, Papa. Ob er noch nicht wach ist, brauche ich auch noch keine Türen aufmachen. Das bin ich? Warte, hier lege ich auch noch eine Falle hin. Oh, das wird irgendwo gut führen. Die Tür ist offen. Ah. Da ist meine Falle reingetreten. Ne, ich warte hier gerade. Hier, bei mir ist einer. Hahahaha, darfst du die Leiter ganz einfach nutzen, oder was? Ich hab einen. Zack. Der schwarze ist tot, ja. Ich hab noch einen. Komm her, her. Oh, er hat mich umgerannt. Das sind noch welche unten. Ja. Meinst du, ich kriege dich nicht? Ich laufe da schon hinterher. Ja, ich hab noch einen. Haha, ja, ja. Oh, ja. Dieser fährt auch einer. So, mal gucken. So, mal gucken. So, mal gucken. aber du musst noch mal schreien er ist unten im keller ich lauf dahin bleib mal oben es kann sein dass er den weg mit der treppe nimmt mit der leiter gut mit ich im kinder ja ich sehe schon ich sehe ihn glaube ich die kommt zu dir nein hier dazu kracht gemacht die ist bei mir hier da läuft sie da läuft sie da läuft sie da läuft sie unten noch da hat sie kracht gemacht man kann mir nicht hinterher malen ja mag hier bleibt stehen kleine maus sie macht die ganze zeit kracht Ich habe sie verloren. Ich finde den Weg hier nicht mehr raus. Jetzt muss ich es hier suchen, das heißt, hier ist ein Brunnen gewesen, da ist ein Brunnen. Ach, da ist er. Hier ist ein Brunnen. Hier ist ein Brunnen. Oh, älter. Jetzt habe ich auch gerade gejagt. Ein Verbinderter als Opfer getötet. Ja. Das war ein schönes Massaker hier. Und hier hat einen getötet. Vom Vogelmann, Tod durch Verbluten, guck mal. Hm. Und hier ist ein Brunnen. die landlos bitte abgeräumt man muss den schwatten wieder nehmen vielleicht sollte ich dem einfach level wenn den keiner hier nimmt außer sterben so aber ich war schnell und habe zack ach so johnny sony fertig hier dann gehe ich jetzt mal schnell noch mal schnell ganz 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 schnell pinkeln oh so 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 ich habe es noch geschafft ich habe mir die hose gemacht wenn er hier krach macht kann ich auch krach machen das ist das hier für ein cut so 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 auch hier ist die sicherung mit sichern gefunden ja irgendwo oben draußen die sogar relativ in der nähe Egal, ich riskiere es. Ich bin der Schwotter. Ah! Ja. Oh, oh, ah. Ey, ich sterbe hier mal. Was ist denn hier los? Oh, jetzt hab ich Schwein gehabt. In mir lebe ich noch komischerweise. Ich fette Wunden am Leid. Sehr gut. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nein. Ne, ich lebe noch. Ne, ich habe eine Sicherung, aber ich will, ich, 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 die laufen da zu viel rum, Alter. Oh. Hm, ich musste eigentlich hin. Ah, die kann ich auch da durch! Oh, ich sieg hier noch. Oh nein! Johnny, hör auf! Mann, ey! Die haben da den Sicherungskasten. Scheiße, ich wollte auch einfach zu viel. Eigentlich kannst du aus der Runde rausgehen. Raus da! Wir haben heute einen Motor. Oh! Ach ne, das sind unter Extras. Das ist nur so vom Film. Nee, nee. Das ist gut. Warte, warte, warte. Dann lad mich noch mal schnell ein. Weil ich nicht in einer Gruppe bin. Ach so, ach so, ach so, alles gut, alles gut. Ich dachte tatsächlich, das wäre unsere erste Runde. Ja, ich habe den mal reingemacht, habe ich doch erzählt in den letzten Folgen. Wie geht das denn? Wie geht das? Wie geht das? Ja, das stimmt. Ja, klar, auf jeden Fall. Das stimmt. Vogelmäher. Vogelmäher.